Der Name erinnert mich an irgendwen. Das hätte ich nicht machen sollen, oder? Definitiv das hätte ich nicht machen sollen. Ok, gibt's hier ne Blume? Nein, ne Feder! Nein! Feder! Komm her! Komm zu Papa! Gut. Ich schwemme lieber, wisst ihr? Ach toll, ich brauch den dummen Pieswitch. Werbe mich nicht, du. Du Magikupa! Musst du mal da auftauchen, wo ich dich nicht haben will? Weh, das war so klar. Ich muss die Münze da oben auch noch wegnehmen. Und dann kann ich durch. Sofern das überhaupt der richtige Weg ist. Mit Waypoint! Die sind gut versteckt. Unten, Level Up. Beinahe wäre ich zuerst durchgegangen. Uh, kommt jetzt was von oben gleich runter? Nein, etwas kommt von oben gleich runter! WTF? 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 we een go?! Nää.. Nääää... keine Chance... KEINE Chance... ...KEINE Chance... Coolt... funded by?... Es ist ja so klar, dass ich hier immer in Sachen reinspringe. Das passiert mir oft. Ich habe es beinahe schon wieder vergessen. Den Pilz brauche ich nicht. Hätte man theoretisch trotzdem wollen können. Ich muss anscheinend drauf warten, der da drauf war. Hier drauf. Auf dem. Gut, jetzt komm. Warum ich mich grad die ganze Zeit drehe? Keine Ahnung, ich habe Spaß. Oder so. Ja, jetzt... Bläh, nicht mehr, nicht heute. Nicht heute habe ich gesagt. Oder doch, heute. Leider. So, fahr schnell nach oben bitte. Komm, ihr stirbt jetzt. Ihr stirbt. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, da unten stirbt auch. Mein Gott, müssen oben und unten überall diese Knochen trockens, die alten Knochen trockens sein. Ich mag den neuen Knochen trocken. Huh, ist hier drin. FEDER. FDW. FDW. Dieser Hack ist definitiv nicht für Idrus gemacht. Definitiv nicht. Zum ersten Mal, dass ich diesen Boss still spiele. Immer nur... Hey, nicht so schnell abhauen. Was soll das? Äh, ich will meine beiden Federn gern behalten. Dumbes Ding. Jetzt habe ich ihn nicht getroffen, aber das ist gut so, weil ich es beim ersten Mal sowieso nicht getan hatte. Ich will meine dummen Federn behalten und du bist jetzt tot. Warum müssen eigentlich die meisten Leute eigentlich in die Lava fallen? Ich meine, die stehen sowieso irgendwann wieder auf. Es gibt... Lauter Hacks. Es gibt lauter andere Mario-Spiele, wo Bosa auftaucht, obwohl er schon längst in der Lava gelandet ist. Und so weiter. Jo Mario, nimm Hammer und zerstör den Vault. Mario has triumphed over Lemmy Cooper. Auf Castle Number 3. Marios Guest... Guest oder Quest? Marios Quest is starting to get much more difficult. Have you found the red and green switches yet? Yep, weil ich dachte, da muss man so und so und so. Deswegen. Okay. Dann würde ich sagen, continue and save. Und... Hier ist eine Brücke! Die nicht aus Käse ist. Oder? Nein, aus Holz! Wie im richtigen. Super Mario World. Noch ne Feder. Definitiv nicht für Ethos. Kettensägen. Spinjob bereithalten. Da kommt jetzt oben eine Kettensäge, kommt unten jetzt eine. Ich weiß es nicht. Wow, definitiv. Kettensägen. Ey, ich will gucken. Mann, bin ich schlecht. Ich kann nicht mal durch ne Röhre, die oben ist. Und ich kann nicht mal hier durch. Noch ne Feder. Soll man die so schnell aufnehmen? Keine Ahnung. Gehen wir mal in die Tiefe, weil es lustig ist. Weil oben so wenig Kettensägen kommen. Ja, jetzt kommt von hinten eine. Und die ist schneller! Und da oben ist auch einer. Also gehen wir mal runter. Ha, nö, nö. Kein Bock. Mit Waypoint? Nein! Yes! Flügel! Wo kommt man hin? Wo kommt man hin? Mit den Flügeln! Hä? Was? Kann man die nicht? Kann man die nicht? Hä? Kann man die ehrlich nicht berühren? Wollt ihr mich verarschen? Kann man die ehrlich nicht berühren? Sehr unfair. Das ist mega unfair. Wieso nicht? Oder musste man einen bestimmten Knopf drücken, den ich mal wieder nicht kenne? Hä? Und wieso gibt es das hier? Und ich habe immer den falschen Ort ausgewählt. Komm, geh hoch. Danke. Warum konnte ich nicht springen? Oder kann man jetzt hier nicht runter springen? Was? Wird ja immer wieder toll. Muss man diesen Weg gehen? Hätte ich nicht die Flügel nehmen können? Gut. Soweit so gut. Immer noch gut. Kettensägen. I love you. Not. Gut. Dumme Kettensägen. Immer noch. Ja. Wieso kann ich nicht springen? Oh. Haha. Wie dumm von mir. Sehr dumm von mir. Spinjump kann man nicht machen. Schon wieder ein Bonus-Level und ich weiß nicht wie das geht. Äh. Ähm. Mal auf. Ey. Hä? Bin ich durch den Eingang eben gesprungen oder was los? Haha. Yeah. Ein Lab Lab. Huhu. Moment. Moment. Chiii- Äh. Keksta! Etta ist die Kekse haben uns betrogen! Warum hat er diese... Na. Umbenannt. Hieß ja alles glaub ich so. Ja. Ja. Freut euch. Auf. Cookies. Die es nicht gibt. Stirb. Peter. Ich hab sowieso schon welche. Kekse! Hört auf uns zu betrügen! Warum nehm ich die jetzt nochmal ein, wenn ich schon eine habe? Kekse! Hört auf uns zu betrügen! Moment mal! Das ist doch unverändert, oder? Irgendwoher kenn ich das ja auch schon! Bin ich verarschen? Ähm. Gut. Das kenn ich doch trotzdem irgendwoher. Danke. So, komm mal hier rein. Nö. Wuhuu! Yay! Super! Und da kommen wir hoch. Oder auch nicht! Zu viele... Maulwürfe? Da kann man rein. Cool. Wehe, jetzt kommt dieser dumme Fisch. Da geht's nicht weit. Immer der Strömung entlang. Und da ist ein dummer Fisch. Aber den meinte ich nicht. Den auch nicht. So, wo landen wir jetzt? Weiter am Anfang des Levels? Wär logisch. Nein, ich will nicht fliegen. Also... Level Up. Oh, das ist nur für ein Level Up bestimmt. Und... Noch ein Level Up! Wow! Eine Yoshi-Coin wie immer. Weitere Maulwürfen. Yoshi-Coin. Früchte. Noch mehr Früchte. Einer Blume. Oder Feder. Das wollt ihr nicht machen. Ich wollte das hier. Scheiß Dreck. Ey! Nicht zu weit. So, Früchte. Irgendwas. Was? Die kann man nicht so besiegen? Wollt ihr mich verarschen? Kann man ehrlich nicht so besiegen? Was? Nee, ist klar. Tschüss. Was? Schon wieder ein Level Up. Wie viel Level Up soll ich noch bekommen? Keine... The Chucks! Haha Chuck! Haha! Haha! Das hättest du nicht von mir erwartet, ne? Gut. Gut. Schon eine vierte Kasse? Und hier gibt's zwei Exits. Ludwigs Kasse. Ludwig von Bedoven! Okay. Irgendwie kommt mir das auch bekannt vor. Du nervst. Nein! Nicht ganz ran, du Idiot! Im richtigen Augenblick solltest du springen! So wie jetzt! Aber nicht da reinrasen! Also... Lalalala! Lalalala! Nein! Nein! Stürb! Das kennen wir doch alles irgendwoher! Also ich kenn das irgendwie schon! Alles irgendwoher! Ich glaub, wurde nicht viel verändert! Oder? Gott! Wie soll man... Hier! Bitte! Schön! So! Genau! Ein Filz! Nein! Jetzt sind meine Feder da oben weg! Nö! 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 Kein Bock, Leute! Nö! 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 Dervt nicht! Danke! Nein! Nicht... Nicht euer Ernst! Nein! Verschwindet! Verschwindet, du Decke! Äh... Oh... Ich glaub... Ja! Spring zu hoch! Ich glaub, das kenn ich ja schon von irgendwoher! Aber irgendwie ist das hier grad länger! Oho! Kann das sein, dass das hier unbearbeitet ist? Also ich kenn mich mit denen nicht aus, also müsste Etrus mir das theoretisch beantworten! Praktisch auch! Gehen wir mal hier lang! Hahaha! Was gibt's hier? Eine Feder, die ich nicht brauche! Wer braucht schon eine Feder, wenn er eine hat? Also Etrus würde sie brauchen! Guck! Wie hoch will's noch gehen? Jetzt mal! Äh... 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 Perplexing Forest! NEIN! Jetzt kommt Forest of Illusion! Nicht euer Ernst! Nicht... Nein... Nee... Äh... Äh...